Conceptboard ist ein digitales Whiteboard aus Deutschland, welches sich für dein agiles Team nutzen lässt, wenn du dieses digital und remote unterstützen möchtest. In diesem Video zeige ich dir die wichtigsten Elemente zur Orientierung, sodass du unmittelbar startklar bist, sobald dich jemand auf sein Board einlädt. Klebezettel kleben, schnell eine kurze Zeichnung eines Diagramms, Daten strukturieren und einfach visuell gut zusammenarbeiten, ist eine wertvolle Eigenschaft agiler Teams. Lass uns gemeinsam schauen, wie du das Conceptboard nutzen kannst und was du zu Beginn wissen musst, damit du umgehend produktiv bist. Wenn du zum Conceptboard mit einem Link eingeladen wirst, brauchst du keine Registrierung. Du klickst einfach auf den Link und kommst zur Anmeldung. Hast du selbst einen Conceptboard-Account, kannst du diesen natürlich auch gleich nutzen, wie hier dargestellt. In den meisten Fällen wird es so sein, dass du den Gastzugang auswählst. Wähle einen aussagekräftigen Namen, dann kann dich jeder auch auf dem Board identifizieren. Das Wichtigste auf dem Board ist es, die Orientierung nicht zu verlieren. Dazu solltest du dir die zwei wichtigsten Shortcuts merken. 0 zeigt dir das Board in einer Übersicht, egal wo du dich gerade befindest. Dazu wird der Boardinhalt so dargestellt, dass du alles siehst, die absolute Vogelperspektive. Die 1 zoomt auf 100%. Auf dieser Größe kannst du gut arbeiten und alles lesen. Wenn du auf dem Board Abschnitte verwendest, kannst du mit diesen Pfeiltasten links und rechts zum vorherigen bzw. nächsten Abschnitt springen. Abschnitte sind praktisch wie Folien in einer Präsentation. Die Bewegung erfolgt immer in der Reihenfolge, wie du sie auf der linken Seite im Bereich Abschnitte sehen kannst. Es ist selbstverständlich auch möglich, dass du einen Bereich direkt anspringst. Dazu musst du nur den entsprechenden Abschnitt anklicken. Mit den Tasten Plus und Minus kannst du reinzoomen und auch wieder herauszoomen. Vermeide es unbedingt, hier die Vergrößerungsoptionen des Browsers zu nutzen. Das geht schief. Meistens wird dich ein Moderator in eine sogenannte Live-Präsentation hineinführen. Dein Bildschirm wird dann immer der Sichtweise von Moderator entsprechend angepasst. Ihr seht immer das identische Bild. Du kannst dich dieser Moderation jederzeit entziehen, musst dich dann aber auch wieder selbstständig an diese hängen, wenn du wieder geführt werden möchtest. Wenn du eine bestimmte Person auf dem Board suchst, weil zum Beispiel jemand sagt, ich sehe gerade dieses oder jenes, dann kannst du oben auf seinen runden Kreis klicken und dann die Option auf dem Board finden auswählen und schon siehst du, was er sieht. Prüfe bei komischem Verhalten der Maus oder Tastatur immer unbedingt, ob Trackpad und Tastatur, Maus und Tastatur und Touchgerät wirklich deiner Situation entsprechen. Das kannst du ganz unten links einstellen im Minimap. Zu guter Letzt noch, wenn du mit vielen Personen auf dem Board bist, kann es manchmal hilfreich sein, die Mauszeiger auszuschalten. Das tust du über Ansicht, Teilnehmer, Mauszeiger. Auch das kann zur besseren Orientierung beitragen. Wenn du diese Steuerung beherzigst, dann bist du bereits sehr gut unterwegs und wirst die Orientierung immer im Griff behalten. Weitere Tipps findest du in meinem Artikel auf dem Agile-Team-Facilitator-Blog. Weitere Videos zu Scrum, Jira und agilen Themen findest du bei mir auf dem Kanal. Du kannst dich einfach mit einem einfachen Klick hier unten direkt einschreiben und bleibst immer up-to-date. Auf eine gute visuelle und digitale Zusammenarbeit. Dein Sebastian Dein Sebastian Dein Sebastian Dein Sebastian Dein Sebastian Untertitelung des ZDF, 2020